Peace! Liebe Leute, im April kommt ein neues Rammstein-Album. Endlich mal eine gute Nachricht in dieser Zeit. Die erste Single ist schon raus, der Song heißt Zeit und wir knöpfen ihn uns direkt mal vor, damit wir ihn so schnell wie möglich auf die Bühne kriegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017